Ihr die Zunge nicht unbedingt in den Hals, das mag vielleicht lustig sein für ihre Freunde, aber für ihre Eltern ist es gewiss peinlich. Wir werden versuchen, uns zurückzuhalten. Als ob ihr euch jemals zurückgehalten habt. Halt die Klappe. Wir wollen ja nicht, dass das Baby vor der Hauptstadt kommt. Ich bin sicher, der Pastor hat noch was zu sagen. Kannst du da immer, oder das kann ich erzählen, denn mit ihm jucken? Was willst du ihm sagen? Willst du ihm sagen, die juckt mich am 150? Ach so, das ist natürlich was anderes. Kannst du natürlich mit deinem Hausarzt sagen, aber das ist ja Quatsch. Darüber kann man doch reden, darüber kann man doch... 200? Uh, darüber kann man reden. Outro Outro No Nein Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020